Ja, lach mich weiter aus, du hässige Hurensohn, Alter. Wovon denn das für ein Dott zur Hölle? Wir haben Mine wieder getappt, wir haben Schmiede wieder getappt, wir haben Seel getappt und jedes Mal, dass wir die Scheiße wieder wegtappen. Wenn ihr Bock habt auf euch oder verpisst euch, ganz einfach! Eure Trolle Scheiße könnt ihr sonst wo machen. Ganz ehrlich, wenn wir so erbärmlich sind, uns jemanden im Spiel zu flamen oder auszulachen oder auszulachen, Pace, Mr. Geiger, dann verpisst euch jetzt, ReLife, macht was mit ReLife! Nichts! Ja Jungs, also keine Ahnung, ich hätte schon noch Bock weiter zu spielen. Ja, ich auch. Ja, dann verpisst dich doch! Verpisst dich selber, du Bastard, geh auf Eggman-Lotten! Wieso, wir sind doch neun Leute, du bist doch der, der allein ist. Ja, hier, pass mal auf wie schnell, wenn du nicht mehr neun Leute bist! BAM, Alter! Wichser, Alter! Seid ihr ja jetzt sauber hier! Keine Calls, keine CDs, keine Ansagen, ihr sterbt überall! Weg! So lächerlich! Fickt euch den Arsch, ganz ehrlich, Alter, ihr seid die letzten, Alter! Ganz ehrlich, so trauig, dass man so erbärmlich sein kann, Alter! Mich treu die ganze Zeit, aber nichts hinkriegen, Alter! Du warst bei Säge, du warst bei Säge, hast du es geschafft, jemanden runterzukicken? Weil du geschaut hast, oh der wurde an den Rand geführt, ich kicke ihn runter! Hast du mal einen runtergekickt, oben? Ne, die haben uns halt geschafft, man! Da kannst du entweder unseren Priester flamen, oder unsere Eule, weil die ist nicht geschafft! Weil ich dich mit nix biele, du Mongo! Du Mongo! Alter, ich weiss nicht, nur dieses beleidigen! Mag ich das nicht! Ja immer dich beleidigen! Erzähl mir doch mal, macht dir das Recht aus, die Minuspunkte zu kriegen! Komm, erzähl mal! Ja klar, macht mir was aus! Ne, macht's dir nicht! Ich hab's gar nicht gejuckt! Du bist ganz schild geblieben! Warum? Pass doch aus! Gib's doch sonst wohin, ganz ehrlich, ey! Wann halt nicht? Ne, weil du es nicht verstehst! Wie bedeutet der Titel was? Ich hab mir einen Arsch aufgerissen für sowas! Ja, Digga, dann mach dich so ne Bücher! Digga, hab ich nur immer, wenn ich auf die Karte guck, hab ich dich gesehen! Miene, 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 Säge, Miene, 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 Säge! Du warst nicht einmal am Zerg! Ich spiele die ganze Zeit mit 3D-Ds weniger! Weil du schon einen Shadow zu Schmiede schickst, GG! Wen hätt ich sonst schicken sollen? Komm, sag mal an, wen hätt ich sonst hingehen sollen? Da hättest du gehen sollen! Wenn du eh keinen runterkickst, dann kannst du genau so nen Shadow zu Schmiede schicken! Ja, natürlich! Ja, das sage ich aber auch so! Morgen wirst du's bereuen! Morgen wirst du's bereuen! Ne, ich freu nicht bereuen! Das war's für mich! Ich hab keinen Bock mehr! Ich brauche nix bereuen! Ich prall's mir die Arsch auf und baue die Gruppen immer! Nicht ihr! Ihr seid Abfall! Ne, es ist so! Ich hab dir geschrieben, ich find's gut, dass du aufgewählt hast! Ja, genau! Du bist, du willst gut! Ihr steht, Alter, nur Ecke rum und seid auf Twings und leveln und disconnecten und fressen und saufen holen, während ich hier stundenlang die Gruppen baue und dann kassiere ich Minus 11, 20! Bray, mach den Streamhouse oder ich baue nicht vom Tats! Oder hast du's so nötig? Hast du's so nötig, Bray, ja? Alter, chill doch mal! Ne, ich lieb's dir in den Arsch! Komm, hol mich doch mal, dein Dreierteam! Und dann? Komm, mal gucken, ob du da oben so ruhig bist! Komm, hol mich rein! Lad mal ein! Lass mal 10 Games machen! Mal gucken, ob du da immer so chillig bist! Ne, ich spiel nicht mit schlechten Leuten! Ne, ne, ne! Die tappen, Mann, Alter! Nein! Die came an! Ja, ich war im Wirbel, sorry, Mann! Ja, genau! Im Wirbel! Ey, die sind zu dritt hier oben! Wie kann das denn Sinn? Ey, Alter, ist sowas ho... Ey, ihr seid so schlecht, ganz ehrlich, Alter! Ich... Ich hab halt auch Süßigkeiten! Lippert und Ringel, Jumpies! Uuuuh! Schokobananen! Ich liebe Schokobananen! Mhh! Hier, wer mag Schokobananen? Niemand! Schokobananen! Alter, halten wir den Maul! Schokobananen sind das Beste! Schokobananen! Ach so!